Was sagen Sie den Osttirolerinnen und Osttiroler, die am 9. Jänner dieses Jahres verzweifelt versuchen, einen Termin bei einem Augenarzt zu bekommen und über 200 Menschen Schlange stehen müssen, damit sie einen einzigen Termin zugewiesen bekommen für das gesamte Jahr. Wir haben einen Kassenarzt, einen Wahlarzt, beim Kassenarzt bekommt man die Termine nicht und die Leute stellen sich um 5 Uhr in der Früh an, 200 und mehr, um einen Termin zu bekommen. Welche Botschaften geben Sie diesen Menschen? Gar keine. Sie schauen weg.